Leute, ihr werdet mir nicht glauben, was heute passiert ist. Ich bin mal wieder als NOSKIN in Random Squad gegangen und dann hat mich ein 13-Jähriger von Anfang an ausgelacht, die ganze Zeit. Und ich hab nicht gecheckt, wieso. Ihr müsst euch unbedingt das ganze Video anschauen, denn am Ende hab ich ihn geedit und den Renegade Raider ausgepackt. Er ist komplett ausgerastet und dann ist sogar seine Mutter ins Zimmer gekommen. Leute, es ist komplett eskaliert. Und danke an jeden, der meinen Creator-Code KUSKUS hier im Itemshop eingetragen hat. Das supportet mich sehr. Dauert nur ein paar Sekunden für euch. Und ich edde ja immer einen von euch, Leute. Schaut mal nach, ob ich euch geedit habe. Wenn nicht, schaut morgen nochmal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der heutigen Folge als NOSKIN. GERMANY, GERMANY. Kannst du Englisch sprechen? Nein, nein. Kein Englisch? Nein, ich spreche kein Englisch. Was? Das ist deutsch, Junge. Was, ein deutsches Englisch. Kannst du Englisch, bitte? Ich kann nicht Englisch sprechen. Ich kann nicht Englisch sprechen, Mann. KUSKUS. Was? Ja, ja. Wie geht's? Ich bin gut. Und du? Ich bin gut. Du hast einen wirklich schönen Namen. Danke, danke. Wie alt bist du? Ich bin 12. 12? Okay, okay. Ja, ja. Ja, ich bin 8. Ah, 8. Nice, nice. Are you good in Fortnite? Yeah, yeah. Nice, nice, nice. Are you? I'm not good. I have no skins. I am bad. I have nothing. Okay, okay. Sorry. Can you speak German? No, no. No German? Okay, okay. What? Can you speak German? Ich kann nicht. Ich kenn die Stimme, dinge. Ach, das ist schon vor Sera, dinge. Hallo, can you speak German? Nein. Nein? Nein. Ach so, ihr könnt Deutsch. Nein. Nein, oder? No. Nee, nee. Du kannst kein Deutsch? Ich kann kein Deutsch. Ach so, okay. Dann lass Englisch. Hello? Nee, nee. Ich kann auch kein Englisch. Ach so. Hä? Ah. Okay. Don't speak English, man. Ah, okay, okay. Egal, ich rede jetzt Deutsch. Könnt ihr Deutsch, alle? Ja. Okay, gut. Was meinst du? Deine Stimme kommt richtig bekannt vor. Ja, die Stimme. Der heißt Flakes, Digga. Ich kenn ihn immer, aber Deutsch-Masch ist. Hä? Ich kenn euch nicht, Mann. Ach, Digga. Ich hab euch noch nie gesehen oder gehört. Seid mal ruhig jetzt, bitte. Macht mir keine Angst. Wie alt ist der andere da? Der hört sich voll alt an. Welcher, welcher? Du. Ja, ich bin 14. Digga, du hast dich halt wie ein Opa. Du bist ein Partyship, Magd. Magst du mich? Ja, ja. Oh mein Gott, endlich jemand, der mich mag. Kuss, Kuss. Wie, willst du mich küssen? Nee, nee. Aber dein Name. Du willst mich küssen? Nein, nein, nein. Es reicht, dass du mich magst, aber jetzt, das geht mir zu weit, okay? Ja, okay. Also küssen, nein, 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 nein. Aber magst du Nose-Skins? Ja, ja. Echt jetzt? Ja. Ey, warum lacht der eigentlich die ganze Zeit da? Hallo? Wer von euch lacht mich aus? Wollen wir Gegner pushen? Lacht der mich aus? Warum lachst du? Jungs, gehen wir Gegner pushen. Digga, der mobbt mich, der Kleine. Der hat gar keinen Respekt. Ey. Ja? Warum lachst du mich aus? Hä? Was habe ich getan? Ey, Jungs. Warum lacht der mich aus? Keine Ahnung. Ich glaube, der ist behindert. Digga, ich sage immer eine Sache, der lacht. Okay, jetzt hat er endlich aufgehört, Mann. Okay. Sind da oben Gegner? Ich bin halt noch nicht so gut, ne? Also ihr müsst hier... Oh, da fliegt jemand. Oh mein Gott. Machst du YouTube? Oh, ich habe ihn. So, einer, einer. Hab ihn. Oha, wie gut. Wir sind die Besten. Du bist der Beste. Wie? Ich bin der Beste. Hä? Ich bin nicht so gut. Das ist richtig so. Warte, hört auf. Was macht ihr da oben? Oh nein. Nein, oh nein. Warum? Was tut ihr da? Ich komme. Hab ihn. Also, was ist das? Hier ist einer. Hol ihn dir. Oh, das war ein Fehler von ihm. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Okay, sehr, sehr gut. Auch wenn du mich die ganze Zeit auslachst. Das war gut von dir. Ja, alles gut. So. Also, warum lachst du mich aus? Kannst du mir das mal sagen? Nein, alles gut. Nein? Nein, 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 nein. Erst auslachen und dann nicht sagen, oder was? Jetzt musst du auch hier mal erklären, warum du hier mich auslachst. Warum redet jetzt keiner mehr mit mir? Was hab ich euch angetan? Nur weil ich No-Skin bin, oder was? Nein, nein, nein. Ja, 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 ja. Ich verstehe schon. Immer wenn ich hier in der Runde gehe, nur weil ich keine Skins habe, Mann. So ehrenlos. Ja, redet halt nicht mit mir. Ja, ich kann dir was schenken. Wie? Wer bist du? Warte mal, warte mal. Lugibus. Du kannst mir was schenken? Ja. Ey, warte mal, warte mal, warte mal. Warum soll ich warten? Ey. Ey, das fühlst du nicht, du. Was? Nein. Redet mal deutlicher, ich verstehe dich nicht. Was redest du da? Ich muss jetzt in die Zone, Mann. Du verwirrst mich. Ja, ich kann nicht. Wieso kommst du mit? Ich denke, ich weiß, wer du bist. Also, von meiner Stimme her. Wie? Ihr wisst, wer ich bin? Was redet ihr da? Ich kenne euch nicht, Mann. Ich habe immer früher so Videos geguckt. Lass doch mich. Da war so einer, der hatte so OG-Skins. Ja, das ist. Und er hat immer so auf No-Skin, ist er in so random Teams reingegangen. Und dann am Ende... Ja, und was habe ich damit zu tun, jetzt? Kennst du Zitze? Ja, ne? Was kenne ich? Zitze, Zitze? Hä, wen kenne ich? Digga, wollt ihr mich alle... Hopps, ihr kennt euch bestimmt alle drei. Und ich bin gerade... Hopps, ihr... Chillt mal. Nein. Ich bin nicht blöd. Ich will... Alter. Mögt ihr alle drei No-Skins oder nur der eine, der mir was schenken will? Nein, ich mag auch No-Skins. Ja, ja. Warum? Oh, warte, warte, warte. Ich werde eingeschossen. Warte, warte. Ich kann dir sogar sagen, ich habe eine No-Skin gekauft. Warte, warte. Da ist irgendwo einer. Hier unten. Nee. Vorne, vorne. Ich habe mir sogar einen No-Skin gekauft. Warte, ich hole ihn. Ich habe ihn genockt. Wo ist sein Teammate? Ich weiß nicht, wo sein Teammate ist. Wie? Du hast dir einen No-Skin gekauft. Man kann den nicht kaufen. Doch, ich habe mir einen No-Skin gekauft. Man kann sich No-Skin nicht kaufen. Ich musste mir den nicht kaufen. Den hatten wir doch von Anfang an. Ja, aber es war ein bisschen... Ich glaube, es war ein bisschen los. Ja, aber das ist nicht der echte. No-Skin ist No-Skin. Den braucht man sich nicht kaufen. Und außerdem, ihr habt euch alle Skins gekauft. Das heißt, ihr mögt keine No-Skins, weil ihr Skins spielt, weil ihr Skins schöner findet. Ja? Nein. Ich habe den geschenkt bekommen. Ja, ich auch. Wie jetzt? Ihr habt die Skins geschenkt bekommen, deswegen spielt ihr die. Aber wenn ihr was geschenkt bekommt, aber ihr findet No-Skins besser, warum spielt ihr nicht No-Skins? Ich finde, es ist doch eigentlich egal. Wie? Es ist egal. Guck mal. Ihr drei habt Skins. Oh. Gegner? Ja. Sag mal, bist du mir jetzt in den? Wir müssen ihm helfen. Wir müssen ihm helfen. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Oh, der legt die Gagzeit ab, Alter. Warte. Wo ist er? Sie kriegt, Sie kriegt. Ich sehe nicht, ich sehe nicht. Der hat kein Leben mehr. Oh, da kommt noch jemand. Achtung. Einer ist hier bei mir. Oh nein, ich bin down. Kann mir jemand helfen, bitte? Ich habe einen, ich habe den, ich habe den. Kann mir jemand hier helfen bei mir? Hey, Jungs, ich bin durch. Die Bonds, komm mal. Hinter euch, hinter euch. Oh, einer ist richtig low. Oh nein. Oh nein, oh nein. Die sind aber nicht gut, eigentlich. Komm rein, komm rein, komm rein. Ja, aber du kannst mich eh nicht holen. Hier, ich droppe dir was. Hier. Nein, ist gut, Schau. Ich droppe, Schau. Du kannst... Ich probiere, ich probiere, ich probiere. Zum Met geht es vielleicht für mich. Kannst du es? Ja, habe ich. Ja, ne, habe ich nicht. Ja, warte, ich bin drüben, drüben. Ich habe, er ist gerade eingekillt. Da müsste noch einer. Oh, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ich war noch mal, ich war auch schon. Der kommt hier. Du musst halten, du musst halten. Ich habe den Blitz, ich habe den Blitz. Ich habe auch Blitz, ich habe auch Blitz. Komm, Doppel, komm. Warte, warte, warte. Halt euch. Ah, was machst du? Warum hast du auch gemacht? Weiß, Digga. Gut. Habt ihr den? Ja. Warte, komm zu mir, komm zu mir. Ich habe dieses Strudel-Ding. Okay, okay, okay. Ey, warte, du bist Strudel, du bist Strudel. Ich dachte, wir sind down. Nein, das sind die Beste. Alter, okay, okay. Aber die haben nichts zu hierhin gehabt, oder? Ich habe fünf Medikids. Ich habe fünf Medikids. Okay, okay, ich nehme mit, ich nehme mit. Ey, sag mal, aber jetzt. Platz war nicht, jetzt. Machst du jetzt noch Spaß, oder? Wie mache ich Spaß? Hä? Warum macht es Spaß? Du bist hier zu mal, ne? Was bin ich? Egal, egal. Warte, nein, 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 du hast gerade irgendwas gesagt. Ich bin was? Ich bin hässlich. Wie hässlich? Warum hässlich? Nein, 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 komm mal in meine Box rein. Wie? Willst du mich jetzt einboxen und mobben, oder was? Nein, 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 alles gut, alles gut. Warte. Ja, was? Was soll ich warten, hä? Du hörst dich genauso an. Wie, wie, was? Hä? Du kennst mich schon diese Stimme, oder? Was? Die Stimme kennst du noch. Hä, aber das bin ich. Was redet ihr da, hä? Ihr verwirrt mich komplett, Mann. Nein, das bist du. Das bist du. Ich spiele jetzt einfach weiter, mir egal. Das bin ich. Wer bin ich? Doch die Community darf nur die Pickaxe benutzen. Sollte es jemand schaffen, uns mit dem Pickaxe zu erlinieren, wird er in die Sonne geendet, und er darf sich ein Paket... Mach das mal aus jetzt. Das bin ich. Das bist du. Das bist du. Das bist du. Hä, warum soll ich das sein, hä? Woher solltest du meine Stimme haben? Ja, du hörst dich dir ähnlich an. Ja, ähnlich, dann bin ich das doch nicht. Ja, doch, du bist das, du bist das. Nur weil ich mich ähnlich anhöre? Du bist das. Ja, aber nur weil ich mich ähnlich anhöre, warum bin ich der? Hä, wir sind doch in der Zone, lass laufen, sonst hört uns jeder. Stimmt. Hä, ich bin... Du prankst mich, oder? Du hast auch O-G-Skins. Nein. Ich habe O-G-Skins, spinnst du? Hä, dann... Hä, ich bin... Ich bin No-Skin. Ja, No-Skin ist cool. Ja, ich spiele erst seit zwei Wochen, also seit dieser Season, also seit diese Map hier da ist, also keine Ahnung, also wie soll ich O-G-Skins haben? Habt ihr O-G-Skins? Nein. Warum soll ich denn O-G-Skins haben, wenn du nicht mal welche hast? Du spielst bestimmt länger als ich. Nein. Hä, ich spiele seit zwei Wochen, und du? Zwei Jahre. Hä, aber dann spielst du doch länger, wenn du seit zwei Jahren spielst. Ungefähr, ja. Guck mal, die anderen zwei ignorieren mich. Warum? Die haben mich bestimmt gestimmt. Nein, nein, haben wir nicht. Ja, 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 ja. Ey, sag mal, kennt ihr den? Nein. Aber die Stimme. Ahnung, kann sein. Hä, wie, ihr kennt mich alle, oder was? Ey, ihr macht mir Angst, ihr macht mir wirklich Angst. Du, du, du prankst mich gerade. Wenn wir Sieg geholt haben, dann nimmst du auf. Ich weiß, du machst gerade Video, oder? Was soll ich aufnehmen? Du machst gerade Video, oder? Der Gegner. Hä, nein, ich spiel ganz normal Fortnite. Ich will einfach nur den epischen Sieg holen. Wollen wir mit dem Auto hinnehmen, das Auto da vorne? Nein, du willst ja losgehen. Du machst gerade Video. Guck mal, die, die anderen zwei, die reagieren gar nicht auf uns. Keine Ahnung. Du testest gerade, ob die Leute dich mobben, oder nicht? Wie? Ja, und du mobst mich. Du hast mich ausgelacht die ganze Zeit. Nein, nein, ich hab mich aber nicht wegen dem Ausgehen ausgelacht. Bist du dir sicher? Ich hab mich wegen dem Ausgehen ausgelacht. Aha, okay. Aber du tust so, als würden wir uns kennen. Das verwenden wir ein bisschen. Aber wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Ich bin hier zuvor. Oh, ihr habt den schon? Ja. Oha, Mann. Ihr ignoriert uns, ihr macht euer Ding, ihr holt den epischen. Guck mal, wir müssen gar nichts machen. Oh, da schießt jemand. Ja. Wo? Hey, warum? Ich seh die Gegner nicht mal. Die haben den schon. Ich muss gar nichts machen. Hey, nur noch ein Gegner, oder was? Ich mach Skybase. Ey, warte, sag mal. Nöch, sitze mal auf, Digga. Bist du wirklich? Wie bin ich was? Ey, flackst du nicht, komm. Hä? Komm, mach jetzt nicht so. Oh, bei mir ist es auch. Wo, 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 bei dir? Ah, da, ich seh ihn. Der ist sehr gut. Oh mein Gott. Oha. Let's go. Ey, lass mal noch eine Runde stehen. Ja, okay, ich edit dich. Wer bist du? Äh, viel schneller. Okay, ich edit dich. Haut rein, Jungs. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ihr seid richtig gut, Mann. Danke für den epischen. Ja, mich, ja. Okay, Leute. Der Kleine. Der war echt korrekt. Aber der kann es, glaube ich, nicht fassen, dass ich ihn gerade geedit habe. Deswegen zeige ich ihm jetzt noch meinen Renegade Raider, Leute. Passt auf. Ich bin gespannt auf seine Reaktion. Der hat gecheckt, dass ich Flakes bin. Der hat sowas von gecheckt. Oh, der hat mich eingeladen. Der hat mich eingeladen. Hallo. Was geht? Bist du jetzt so oder nicht? Sind wir jetzt Freunde? Ja. Ey, du hast einen Skibanner. Wie? Was für einen Banner habe ich? Ey, bitte mach jetzt nicht diese. Ich weiß. Ja, okay. Ich will auch einen Skin aus. Warte, ich habe, glaube ich, einen Skin oder zwei. Warte. Ja, ja, ich habe zwei Skins. Soll ich mit Skin spielen oder ohne Skin? Mach mal mit Skin. Ja, okay. Ich mache mit Skin. Warte. Du bist der, oder? Ist das Skin gut? Ja. Okay, warte. Ich nehme doch einen anderen. Ich finde den nicht so gut, okay? Ich nehme lieber den Skin. Der ist besser. Ist der gut? Ja. Ich habe auch noch einen Emote. Ist der gut? Ja. Ist der gut? Ja. Er ist ein bisschen bittig. Was? Kein Kopf. Ich glaube sogar. Warum hast du so geschrien? Was hast du geschrien? Bitte, bitte. Ja, ich bin Flakes. Oh mein Gott. Ich habe ein Video aufgenommen die ganze Zeit. Ich wollte euch alle hier pranken. Die anderen zwei haben es komplett ignoriert. Und du hast es direkt von Anfang an gecheckt, Mann. Mutti. Komm mal her. Bitte, schnell. Wen rufst du da? Meine Mutter. Warum? Was habe ich getan? Ich habe das erste Mal, dass ich jemanden getroffen habe. Ich bin YouTuber. Ich habe die gerade bei Random Teams getroffen. Kuss, Kuss. Ja. Er macht YouTube. Ey, es ist okay für dich, wenn du im Video bist. Ja, alles gut. Okay, Bro. Du bist richtig korrekt. Oh mein Gott, Digga. Ich gehe dann mal weiter. Aber lad mich nicht so oft ein, okay? Ja. Ey, kannst du... Du spielst ja vor allem mit System, ne? Ja. Kannst du System sagen, dass er nicht prüfen soll in einem Video? Das wird schwer, Bro. Das wollen so viele, weißt du? Ja. Ich glaube, das macht er nicht, wenn ich ihn frage, weil das wollen so viele. Das wäre sonst unfair, weißt du? Können wir mal ein Video aufnehmen? Hä, wir haben doch gerade ein Video aufgenommen, sozusagen. Ja, aber ich weiß, dass wir beide losgehen sind. Aha, du willst jetzt mit mir zusammen Leute hops nehmen? Ja. Ja, okay. Das überlege ich mir, okay? Ja, okay. Also dann, hau rein. Bleib so, wie du bist, Mann. Mach keine Faxen. Ciao, ciao. Ciao. Was ein Ehrenmann.